Und hier ist Georgia. Georgia hat sich perfekt erholt. Super erholt. Sie ist eine junge Katze. Wir denken sie ist knapp zwei Jahre alt. Sie ist ganz, ganz lieb, wie man sehen kann. Sie genießt die Streicheleinheiten ohne Ende. Jetzt die Sonne scheint. Und wir hoffen sehr sie, sie kann eine tolle Familie haben. Finden und haben. Minya, Mädchen. Ich weiß nicht, ob ihr euch von ihrer, von ihrem Video erinnert und das Bild mit dem Darmvorfall. Alles ist geheilt. Alles top, topfit und ganz, ganz lieb. Es ist sehr lustig, oder? Natürlich darfst du sie in den Armen nehmen. Sie mag lieber ihren Kratzbaum, aber streicheln tut immer gut. Giorgia ist wirklich lieb. So verschmust. Und wir sind so froh, dass es ihr gesundheitlich so gut geht. Nicht wahr, Prinzessin? Giorgia, Giorgia. Giorgia, Giorgia, Giorgia. Tschüss.